Was, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es einen Salzburger Komponisten aus dem Umfeld Mozarts gab, der zumindest monetär weit erfolgreicher war als Wolfgang Amadeus und dessen Noten auf wahrscheinlich jedem britischen Piano liegen. In den letzten Jahren beginnen sich viele zu wundern, warum den höchst erfolgreichen Josef Wölfel im Kulturland Salzburg eigentlich keiner kennt. Es ist der Straßwalchner Kulturvereinigung und dem Ortschronisten zu verdanken, dass Wölfel in seiner alten Heimat Straßwalchen endlich Gehör findet. Grund dafür war auch eine für Wölfel-Experten sensationelle Entdeckung. Marius Holzer mit den Details. Wer war Josef Wölfel? Er war Salzburger, er war Komponist, er lebte zur Zeit Mozarts und Beethovens und gilt als der meistverdienende Komponist der damaligen Zeit. Es lässt sich nur mutmaßen, warum man Wölfel in Salzburg kaum kennt. Spielt auch keine Rolle, denn die Straßwalchner Kulturvereinigung will das ändern. In Straßwalchen hat Josef Wölfel gelebt, bevor er nach Warschau, Paris und London ging, um zur Musikgröße zu werden. Franz Bachleitner ist Ortschronist von Straßwalchen. Er hat das Familiengrab der Wölfels gefunden und eine Lawine ins Rollen gebracht. Das Grab hat ja eigentlich einen Ehrenplatz direkt beim Eingang der Sakristei, direkt neben dem Priestergrab, die da bestattet worden sind. Leider Gottes ist bei der Erweiterung vom Friedhof dann das Grab auch noch weggeschleift worden und ist leider nicht mehr errichtet worden. Und deswegen wollen wir es nächstes Jahr zum 250. Geburtstag von Josef Wölfel wieder das Familiengrab der Wölfels errichten. Auch wenn das Familiengrab erst wieder hergestellt werden muss und auch wenn Josef Wölfel selbst in London begraben liegt, sein musikalisches Vermächtnis will die örtliche Kulturvereinigung bekannt machen. Es ist ein historischer Moment im Jahr 2021, das erste offizielle Wölfelkonzert in Straßwalchen. Hier zu hören Wölfels Nonplusultra, ein Klavierstück, das damals als unspielbar galt und von Wölfels Virtuosität zeugt. Die ist wirklich heftig und damit führt Wölfel weit hinaus, er führt direkt zur Technik von Franz List und von Frederic Choupard. Im Juli 2022 findet die erste Wölfelgala in der Pfarrkirche statt. Zur Freude Straßwalchens verlegt die internationale Josef-Wölfel-Gesellschaft Wien ihren Sitz nach Straßwalchen. Und das bedeutet für uns, dass wir ein bedeutender Kulturstandort in Österreich werden. Und auf das können wir stolz sein, auf das können wir uns freuen und das wollen wir heute mit dieser Josef-Wölfel-Gala einfach feiern. Der neue Standort der Wölfel-Gesellschaft könnte nicht treffender sein. Es ist das alte Wölfelhaus. Für Straßwalchen eine große Sache. Aber ist das auch gut für einen in Vergessenheit geratenen Komponisten? Es ist so, dass aus der Bundeshauptstadt in die Peripherie nicht heißen muss, dass es deswegen schlechter wird. Wir sehen es im Gegenteil, dass es sogar ein Vorteil sein kann, eben aus einer großen Menge an kulturellen Möglichkeiten, die es in Wien gegeben sind, einfach in einen Ort zu kommen, der das auch mehr schätzen wird. Einfach weil es nicht die 27. Veranstaltungsreihe ist, sondern die erste. Und aus dem heraus bin ich überzeugt, dass es ein sehr cleverer Schritt der Gesellschaft war, aus der Hauptstadt in das Umland, nach Straßwalchen zu kommen. Es wird dann das Wölfel-Grab neu errichtet. Das ist sensationell, weil auch die Salzburger Wissenschaftler haben gesucht, gesucht. Wir haben jahrelang gesucht nach dem Grab vom Vater Wölfel. Nicht gefunden. Der Franz hat es gefunden. Es gibt diese Aussage, es gibt in England kein einziges Klavier, auf dem nicht Noten von Josef Wölfel liegen. Und auch in Salzburg wird er wieder zu hören sein. 2023 feiert Josef Wölfel seinen 250. Geburtstag. Zu diesem Anlass ist ein großes Wölfel-Wochenende in Straßwalchen geplant. Bis es soweit ist, wird auch das verschollene Familiengrab in neuem Glanz erstrahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017